Queens of Comedy präsentiert das Highlight des Jahres. Ich kann's kaum glauben. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich weiß. Ihr Leben war nahezu perfekt. Du bist schwanger? Sie haben sich gesucht und gefunden. Nein, du leg's auf. Nein, du leg's auf. Nein, du leg's auf. Ich will nicht auflegen. Ich will auch nicht auflegen. Du musst jetzt auflegen. Ich hab schon das letzte Mal aufgelegt. Leg jetzt auf. Nein, du leg's auf. Du wärst nicht frisch. Doch plötzlich... Schatz? Schatz? Sidney? ...beginnt ihre Verwandlung. Ich schmink mich gerade ab. Da bist du ja. Und aus einer ganz normalen Frau... Wo ist Sidney? Was? ...wird Panda-Face. Es steckt in jeder. Wo bin ich? Was war das gestern? Ich weiß nicht, was du meinst, Schatz. Du warst gestern vielleicht ein bisschen... ...verwirrt? Ich muss ins Büro. Bis später. Tagsüber ist sie eine ganz normale Frau. Hallo Frau Schmitz. Doch nachts... ...verwandelt sie sich in... ...Panda-Face. Der spannendste Schocker dieses Sommers. Jack? Jack? Panda-Face. Hey. Schau mal. Ist unsere Kleine nicht süß? Ha! 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 Hey. Jack? Ich bin auf dem Stag! Panda-Face. Panda-Face. Demnächst im Kino.